Wir sind in Deutschland gut aufgestellt. Wir haben solide finanziell gewirtschaftet und deswegen können wir auch umfangreiche Pakete auf den Weg bringen, um insbesondere auch die Wirtschaft vor den Auswirkungen der Corona-Krise zu beschützen. Es geht dabei um einen Stabilisierungsfonds. Es geht dabei aber auch genauso um den Schutz von Kleinstselbstständigen, von Soloselbstständigen in ihren Betriebsstrukturen. Wir werden darüber hinaus ein Paket verabschieden, was auch Mieter und Verbraucher schützen wird, wobei es natürlich auch darum geht, die Vermieter zu schützen und dementsprechend ist das auch sehr, sehr abgewogen. Es geht darum, dass wir gesundheitliche Maßnahmen auf den Weg bringen, dass im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes dafür gesorgt wird, dass auch die Durchgriffsmöglichkeiten in der Krise da sind. Das werden wir dann aber auch befristen auf die Krise und werden uns danach noch einmal zusammensetzen und werden dann beschließen, wie wir das auch langfristig regeln werden. Insgesamt gesehen ist es so, dass dieses gesamte Paket, was natürlich auch den Schutz der Krankenhäuser umfasst, die momentan sich darauf vorbereiten, viele, viele Kranke auch zu behandeln, deswegen Betten leer stehen lassen. Insgesamt ist dieses Paket darauf angelegt, umfangreich und zwar vom gesundheitlichen Bereich, den individuellen Schutz bis zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, aber auch den Auswirkungen auf jeden Einzelnen so zu gestalten, dass wir gut durch die Krise kommen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, wie lange die Sache dauert, aber eins ist auch richtig. Wir sind in Deutschland nicht nur finanziell gut aufgestellt, sondern wir haben auch ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem und vor allen Dingen, und das merkt man in diesen Tagen, wir haben eine hochmotivierte Bevölkerung, die wirklich im überwiegenden Bereich auch mitzieht, die im überwiegenden Bereich mit ganz, ganz viel Engagement und Herzblut versucht, dass wir alle gemeinsam durch die Krise kommen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch, dass wir als dieses Land die nächsten Wochen auch meistern werden und dass wir das auch so hinbekommen werden, dass es auch nach der Corona-Krise auch weiter ein wirtschaftliches Leben in diesem Land gibt, und zwar ein gutes wirtschaftliches Leben und dass vor allen Dingen auch der Zusammenhalt der Gesellschaft entsprechend erhalten bleibt. Eine weitere Dimension ist natürlich, wie gehen wir mit unseren europäischen Nachbarn um. Es gibt beeindruckende Zeichen der Solidarität, dass zum Beispiel Corona-Kranke aus Italien in Sachsen aufgenommen worden sind. Und ich denke mal, auch das ist wichtig, dass wir uns als Europäer jetzt nicht auseinander dividieren lassen, sondern dass wir gemeinsam Lösungen suchen. Da wird momentan auch auf europäischer Ebene drum gerungen, dass wir auch gemeinsame finanzielle Lösungen bekommen. Und auch da wird dieses Parlament die Bundesregierung entsprechend unterstützen und begleiten. Ich gehe mal davon aus, dass wir morgen dann Ergebnisse bekommen werden. Ergebnisse auch deswegen bekommen werden, weil wir auch in guten Gesprächen mit der Opposition sind. Und auch da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bedanken. Das, was wir bisher besprochen haben, das ist unglaublich konstruktiv gewesen. Es ist getragen gewesen, auch von dem Willen, eine Lösung für das Land hinzubekommen. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich bedanken. Ich glaube, dass das Paket, was wir morgen verabschieden werden, sicherlich nicht das letzte Paket sein wird. Wir werden auch in den kommenden Wochen noch weiterarbeiten. Und dafür werden wir dann auch die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verändern, dass wir dann auch mit weniger Abgeordneten voll einsatzfähig sind. Auch das ist eine Lehre aus den letzten Wochen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, die CDU-CSU-Fraktion, der Deutsche Bundestag, wird seinen Beitrag dazu leisten, dass diese Krise überwunden werden kann. Und morgen wird dazu ein wichtiger Schritt sein.